Warum versuchen wir es nicht einfach mal mit unserem Glück? Ja... Ja... Meine... ...Freunde... ...Kartoffel... ...Freunde... Und herzlich willkommen zu einer Folge Case Opening. Ich habe mich mal dazu durchgeschlagen, Geld in so eine Scheiß-Seite zu investieren. Ich glaube, das piep ich raus. Und ja, ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Ich habe gedacht, 50 Dollar reichen erstmal. Ich habe vorher schon eine Kiste aufgemacht, deswegen ist das ein bisschen mehr, weil das Item habe ich wieder weggekauft. Am meisten Bock hätte ich auf die Fade-Kiste. Einfach weil die meisten Sachen hier drin einfach übelst sick aussehen. Ähm... Ja, die Kuvert-Kiste ist auch recht sick. Es sind auch ein paar schnieke Skins dabei. Ich weiß noch nicht, was ich alles aufmachen würde. Werde. Toon Bean sein. Ähm... Aber ich denke mal... Wir können natürlich auch die All-or-nothing-Kiste aufmachen. Höhe, ne, können wir nicht. Ähm... Da ist eine... ...Aub-Dragon-Law... ...Medusa... ...und ein Safari-Mesh drin. M4-A4 könnte ich vielleicht auch einen ganz coolen Skin mal rauskriegen. Da bräuchte ich vielleicht mal einen, der nicht ganz so scheiße aussieht. Beziehungsweise ich habe ja die Desolate Space, die finde ich derbe geil. Aber eine zweite wäre gar nicht mal so schlecht. So eine Poseidon so. Wäre so richtig sicker Shit. Hm... Ja. Können Sie mal sagen, was nicht sicker Shit wäre? Ja, also was nicht sicker Shit wäre, wäre natürlich auf jeden Fall auch die Deagle gehen. Die Deagle Bronze Deco, Meteorite oder Urban Rubble, die sehen natürlich richtig scheiße aus. Ähm... Comicho Dragon und Golden Cruiser finde ich derbe schön. Ich würde die Cobalt Disruption, die habe ich schon. Aber die würde ich gerne in StatTrak haben. Crimson Web habe ich ja auch in StatTrak. Ähm... Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal unser Glück. Die Seite heißt übrigens G4Drop.com. Ähm... Droppe besser als bei Gabe. Und ich würde mal sagen, als erstes machen wir mal. Was gibt's denn bei den Pinks? Gucken wir mal kurz. Eine AKK-Case in Blue Gamble wäre so richtig schön, ne? Ähm... Dann... Probieren wir mal als allererstes die Kiste Fate. Wahrscheinlich wieder nur... Crap. Ich habe gerade schon ganz kurz gedacht, ich habe das Karim mit. Ähm... Ja, komm. Können wir nochmal versuchen. Wieso habe ich nicht einmal Glück in meinem Leben? Nein... Natürlich die Kraken. Kennen. Kennen. Tun wie ein Sack. Okay. Das sind ja schon 21 Euro, die wir verballert haben. Ja, aber sie ist pink. Ja, das davor sah schon gut aus. Pink ist besser als eines anderen. Gut, jetzt haben wir dreimal die Fate-Kiste aufgemacht und haben noch 29,67. Gut, dann machen wir mal eine Red-Kiste auf, weil darauf habe ich auch extrem Lust. Vielleicht haben wir da auch einfach mal ein bisschen Glück, irgendwas Vernünftiges zu ziehen. Nein... Nein, tun wir nicht. Verkauf ich auch gleich wieder. Ähm... Gut, wir haben noch 24,64. Ich habe ja eben über die M4A4 geredet, ne? Lass mich doch einmal Glück haben in sowas. Ich glaube mittlerweile sogar, ich hätte mehr Glück, wenn ich so eine normale Kiste aufmachen würde, als wenn ich die Kisten auf so Seiten aufmache. Normalerweise mache ich ja die Kisten auch in-game auf. Aber vielleicht haben wir ja... Nein, haben wir nicht. Ne. Ja, ich habe eine Dragon Lore gezogen, aber die Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Genau. Okay, wir könnten theoretisch jetzt noch einmal die Fate aufmachen. Und ich muss sagen... Können wir das Video bitte gleich? Toll. Kannst du mir das nicht vorher sagen, damit ich mich schon mal mental darauf vorbereiten kann? Wie er sich versteckt! Wie er sich versteckt! Ah, natürlich nicht. Okay. Was hoffe ich überhaupt, Mann? Gut, wir haben jetzt noch 14,11. Das reicht bestimmt noch für eine Nive-Kiste. Guck mal, ich sehe wenigstens, dass die hier so ein bisschen Profit draus ziehen. Weißt du, hier dem Frontside Misty, Atomic Lore, je nachdem welchem... in was für einem Zustand die ist. Aber ich weiß nicht, ich kriege irgendwie nicht genug von der Fate-Kiste. Da sind für meiner Meinung nach die besten Sachen drin. Vielleicht habe ich... Vielleicht liebt mich die Seite auch endlich mal. Ne, tut sie nicht. Nein. Für 7 Cent. Also, ich muss sagen, 6,19. So fällt mir nichts mehr ein. Was kann man denn für 6,19 noch holen? Was haben wir denn in der Orb-Kiste? Oh ja, Orb Medusa und Dragon Lore sind natürlich richtig high value. Ach komm, die hatten wir noch nicht. Warum... Warum versuchen wir es nicht einfach mal mit unserem Glück? Oh ja, da ist die Dragon Lore vorbeigeflogen. Okay. Ja, und die Warm God natürlich. Komm. Das ist so eine der wenigen Kisten, die wir uns noch leisten können. Oh ja, da flog das Knife vorbei. Und das ist eine Orb-Frobos für 2,29. Immerhin etwas. Ach komm. Weil die Gamma-Case uns so viel Glück gebracht hat. Und... Da kann jetzt eigentlich nur das Knife rauskommen, ne? Ganz ehrlich. Da kann nur das... Ich hab da schon einfach gar nichts mehr. Seid vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Übertreibt es nicht. Und äh... Ja. Mit dem Wort zum Sonntag verabschiede ich mich dann mal. Schaut beim Streamen vorbei. Regelmäßig. Fast täglich. Tschöna... Tschöna. Tschöna. Shelby – Bescheid, wäsch 0Y2 Ouvis du bist? Tschöna. Bis zum nächsten Mal.